Weiter machen wir mit dem ABUS Steel O-Chain 830. Das 7 mm starke Fahrradschloss von ABUS kann mit einer Sicherheit auf Level 8 überzeugen, was im Vergleich zu anderen Schlössern sehr hoch ist. Diese schlägt sich auch im Preis nieder und ist nicht für jeden erschwinglich. Die Machart des Schlosses ist typisch für ABUS und wird oft imitiert, ist aber nur im Original wirklich effizient. Ein spezieller Textilschlauch ummantelt den fast unzerstörbaren Stahl und in Kombination bietet das den optimalen Schutz vor Bohrern oder Sägen. Auch der Verriegelungsmechanismus wurde gut durchdacht und sorgfältig verarbeitet, damit du eine größtmögliche Sicherheit hast. Das robuste Textil schützt ganz nebenbei auch den Rahmen deines Rades vor Kratzern und Dellen und natürlich auch die Kette im Inneren des Schlauchs, die sonst von Schmutz und Feuchtigkeit angegriffen werden würde. Darüber hinaus gewinnt das Schloss durch die qualitativ hochwertige Masse an Gewicht, was in puncto Langlebigkeit und Zuverlässigkeit positiv, aber bezüglich des Gesamtgewichts beim Transport etwas nachteilig ist. Im Lieferumfang befinden sich, wie bei den meisten Fahrradschlössern, zwei Schlüssel, falls du einmal einen verlieren solltest.